So, willkommen und willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Landwirtschaftsmodell 2019, hier auf meinem wunderschönen Kanal, heute ist es wieder soweit, wir verkaufen dir Sachen, um neue Sachen zu kaufen und zu testen, ob die besseres Geld bringen, wir werden nämlich, da kommen wir eigentlich auch hin, können wir, können wir, da können wir eigentlich uns, ey, den Anhänger verkaufen auch gleich mit, ähm, wir verkaufen das jetzt hier über Internet, in Klammern Internet, und kaufen uns die Sachen über, in Klammern Internet, wir werden nämlich jetzt, wir sind jetzt hier hingeritten, so als bildliche Ansehnung, Lehnung, und werden jetzt hier was kaufen und wieder verkaufen, wir werden nämlich, äh, uns eine neue Forstmaschine kaufen, und zwar, wenn wir erstmal, wenn wir, ein Retrieber bleibt, der bleibt, äh, davon habe ich zwei, und die kann ich ja sowieso nicht richtig leiden, aber für unsere Fälle dann reichen die eigentlich so gut wie hier, eigentlich möchte ich alle behalten noch, ich weiß nicht, ich komme schwer trennen, äh, außer von, der Maschine. Ja, Geld wurde verkauft, äh, gemietet, da haben wir nichts, und dadurch können wir uns jetzt, äh, Forstmaschinen, den wir kaufen, für einfach kleinere, äh, Sachen, die wir uns dranhängen, ich habe nicht genug Geld. Der ist auch für Rundballen da, das ist ja cool, äh, 54, gut, dann muss ich doch einen Anhänger verkaufen, noch, ähm, dann verkaufen wir, so ihn, es sind beide verkauft, oder was, gut, wir brauchen nur einen, ist mir jetzt auch scheißegal, äh, Forstmaschinen, nein, den kaufen, ja, so, verkauft Fahrzeuge, gibt's 54, da steht unsere wunderschöne Maschine, die holen wir dann gleich ab, Oh, vorher schaffen wir Schiefer weg hier. 46, ja, also wir haben's, äh, 46 bei mir, so dass ich irgendwie auf die Uhrzeit gucken kann. Habe ich jetzt eigentlich genug Gerät noch für ihn, 81, noch nicht richtig, wenn wir, ich glaube, mal ein bisschen Militär reiten, oder traben, ich glaube, das bringt ein bisschen mehr, dadurch, dass das nicht ganz, basic, wir müssen das mal testen. In der Zeit gucke ich nochmal, was ich schönes für WhatsApp-Norchen hat. So, es ist brav, mein liebes Pferdchen. So ist es brav. Gut, dann sind wir halt wieder da. Ich fühle mich nicht, also meine kleine Maschinen hier reichen mir auch vollkommen zu. Was sagen wir mal, von 90% sind wir ja gleich fertig. Dann müsste man nur noch einen nehmen. Ich glaube, wir haben aber noch, äh, 14 Stunden Zeit. Schau, wie hat man denn hier gebrät? Das ist fertig. Und dann können wir noch ein paar Lederchen zurückgehen. Und fertig, ist wieder auf der Weide. Dann steigen wir in unseren... Das ist auch bald wieder voll. Den hier. Also der Anhänger ist weg. Ich belasse es jetzt mit dem großen hier. Damit man auch irgendwo machen, was den Tatsbund transportieren kann. Ob das jetzt eine gute Idee ist, wir behalten noch den Valtra. Der Valtra ist mein, ähm, Forst-Düngefahrzeug, dann später. Dafür passt er ziemlich gut. Den kommen wir jetzt mal runter in unser Dörflein. Und, ähm, in das Dorf hinein. Da muss ich noch mal wieder Hilfe nehmen. Das dauert ein bisschen lang mit dem Früchtchen. Der hat schon wieder fast einen vollen Tank, das weiß ich. Das kostet mir ja an, dass es einen kleinen Tank hat. Oh naja, was soll man sonst machen? Ich weiß nicht, wie viel der Part das jetzt ist. Vor, 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 muss aber gleich aufhören. Weil sonst habe ich echt zu viel. Und ich wollte eigentlich auch noch mal den Mäuse mit dem Misten. Ein bisschen wieder sauber machen. Äh, das habe ich in meinem Besuch nicht, äh, gesagt, dass sie gemisst werden müssen, sauber gemacht werden, weil das ist mal so eine große, äh, Rennerei. Weil die, äh, Kleinen, die muss man wirklich fangen. Das ist, ich weiß, das ist nicht gut für die Tiere. Äh, ich muss sie trotzdem fangen, aus dem vollen Grund, ähm, und, ähm, die, ähm, wollen nicht in den Käfig rein. Die wollen nicht freiwillig in die Transportbox rein, für eine Zeit lang. Äh, die schnuppern und das war's. Merken, das ist, ist scheiße so ungefähr. Und wir holen mal lieber ab. Ähm, daher muss ich sie wirklich fangen, am Spanzen packen und, ähm, abhauen. Äh, abhauen. Und muss sie in einen extra Käfig sperren, für eine Zeit lang. Vorteil daran ist, ich kann sie länger drinnen lassen. Ich kann sie wirklich, ähm, gucken, wie lange ich möchte. Dann kann ich wirklich sauber machen. Ich kann intensiv den Käfig reinigen. Mag ich aber nicht mehr. Also, ich war schon in der Planung, ein eigenes Käfig zu bauen. Wobei ich sage, das ist Aufgabe von, pfff, würde ich gerne überlegen. Ich hab ja noch andere Pläne im Kopf, die gebaut werden sollten, machen, dürft, sollen, dürfen, keine Ahnung. Und, ja. Ich muss mir bei manchen Sachen noch Gedanken machen, ob oder wie. Weil die Mäuse brauchen jetzt sowieso keinen größeren Käfig, aber, wenn ich mir doch ein größer Tier rummüchte, mh, vielleicht mal ein Häschen. Da muss man, da muss man alles so bauen, dass man wirklich, äh, alles ausprobieren kann. Also, wenn man Hasen doch mal haben möchte, weil Hasen sind gut zum Kuscheln, ich weiß, Ratten sind auch gut zum Kuscheln, ähm, dann braucht man, äh, zum Beispiel Türchen, die sollten ein bisschen größer sein, zum Durchschuppen. Ähm, einfach den folgenden Tank. Ach, leck mich. Oh, das war ganz falsch. Ich hoffe, der fährt jetzt nicht ins Wasser. Ne, ist jetzt sofort angehalten. Sehr gut. Schauen wir mal an den JZB wieder ein. Gucken wir mal, wie weit ist der jetzt so gekommen? Einschätzungsweise, nicht weit. Scheiße, das ist eine Mission. Ich bin froh, dass ich die nicht selber, äh, alles ernte. Das ist, das wäre für mich das Todesurteil. Folgendwahrer, der nimmt nur plus drei Stringel, also drei, ähm, rein mit. Das ist also das Schlimme daran. Er nimmt nur drei rein mit und daher, dauert das ewig. Jetzt bin ich lange nie aufs Wort gekommen. So, 2000 noch und ich bin weg, genau. hier ein bisschen zur Seite fahren. Den mal schnell hier. Och, der ist so dreckig. Also, ihr seht, der nimmt bloß, im Moment nimmt er sogar nur eine Reihe mit. Das ist sehr produktiv. Hust, hust. Nicht. Hier sind wir vorbeigefahren. Ich wollte nicht gleich auf den Hof fahren. Ich wollte gucken, wir können ja hier noch was anhängen. Dass ich gleich den, äh, den Forster mitnehme. Die Forstmaschine. Und die werden wir gleich hinterfahren. Wenn ich so überlege, dann muss man mit dem hier dauernd hin und her fahren, weil der Fiat wird das nicht schaffen, den hoch, äh, irgendwo hin zu transportieren. Großartig. Das ist ja auch erstmal gekoppelt. Hat der eigentlich auch noch eine Koppelung? Oder ist das? Nee, ist das eine. Der hat keine Cloud-Koppelung mehr dran. Gucken, kommt niemand. Wir ziehen rum. Sehr gut. Äh, dann würde ich sagen, eigentlich ist es ja schon wieder fast mit dem Port gewesen. Äh, da wir kriegen hier gar nicht mehr so, das positive Landwirt schon zum Latte Masten. Vieles, die Zeit vergeht. Gut, okay, ich habe hier auch, was habe ich redet, äh, Redemption 2 gezockt. Wir waren zwei Stunden rum. Die Zeit hat vergehen. Dann werden wir den, 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 den Fiat hier dran hängen. Und den lassen wir hier dran. Was habe ich denn jetzt überhaupt hier auf den Feldern drauf? Ich habe jetzt zweimal Raps. Scheiße. Wie Geld, aber mehr auch nicht. Andere Frage, kann ich den Zieler dran hängen? Äh, dazu wenig PS. K und M, was? Alles klar, man, man kann das mit, man kann das auch mit, oh, das ist natürlich, dann kann man das natürlich hinkriegen, wenn ich das, äh, wenn die Dings nicht spinnt, dass man die größere Stimme nimmt. Da, und zwar süßig fahren. Der passt in der Bauchhäle dazwischendurch. Könnte man eigentlich auch so den Getärtenweg oder sonst was machen. So, nehmen wir, was nehmen wir uns jetzt hier vor? Wir fahren hier richtig rein. Und fällen, glaube ich, erstmal, bevor wir ran fahren. Wachsen Bäume noch. Das wäre auch nicht so eine wichtige Frage. Der fliegt sogar noch. Der fliegt besser als gedacht zu hast. Und der ist schön groß. Sehr gut. Ich würde mal sagen, im nächsten Mal probieren wir das mal aus, mit, ähm, wie das hier funktioniert, mit den Tasten. Ich würde sagen, wenn euch der ganz gut gefallen hat, gibt nur noch, wenn ich einen Daumen runter und schreibe in den Kommentar, ob ihr mehr davon sehtet, oder auch nicht. und dann, bis zum nächsten Mal, sagt euer Menos of Warboards, ich würde so noch hin, ciao, ciao.